servus youtube und willkommen zurück bei mir auf den kanal und heute für euch im quick look gibt es wieder mal einen funko pop und zwar den bender von futurama und ich würde sagen wir schauen kurz mal über die verpackung hier dass sie die anderen die es im set gibt und dann hole ich euch mal aus der verpackung und wir schauen uns bender mal genauer an so und da sind wir wieder mit bender außerhalb seiner verpackung und ihr seht schon recht viel gibt es da dran nicht zu sehen ist halt einfach der bender roboter aus futurama mit seinen augen und eine knapsklasche in der hand detailreiche aber soll da detailreich sein gibt es nicht viel zum sehen außer die die abtrennungen da an den füßen und den arm wer sie auch hat den kopf kann man leicht drehen sollte man aber nicht zu fest machen das ist bei funko immer so eine sache ab und zu halten sie ab und zu halten sie nicht aber der bender ist nicht sehr spektakulär als funko pop wie ihr seht ist halt ein roboter das überträgt sich nicht ganz so gut aber so würde ich sagen kann man ihn nehmen man kann ihn erkennen was es beziehungsweise wer es sein soll wo er her sein soll und dann würde ich sagen was das aber auch schon wieder mit dem quick look dieses mal diesmal etwas schneller abgehandelt weil eben nur bender wenn da ist eben ein kleiner roboter der nicht viele details hat und somit würde ich sagen ich bedanke mich für euer zusehen ich sag tschö auf wiedersehen bis zum nächsten mal